Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit den Anime-Karten, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die es bisher nur im Anime gibt, denn im Anime gibt es halt eine ganze Menge coole Karten, die es bisher nie ins Kartenspiel geschafft haben und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu reden und ich werde mich zunächst wirklich nur auf Karten fokussieren, die es nur im Anime gibt, die es wirklich gar nicht im TCG gibt, denn es gibt auch eine ganze Menge Karten, die halt im Anime einfach nur andere Effekte haben, aber die finde ich persönlich nicht so interessant. Mir geht es mehr um Karten, die es wirklich gar nicht im Kartenspiel gibt, weil die halt vollkommen neue, innovative Effekte haben und ich stelle mir in diesem Format die Frage, ob diese Karten halt wirklich das Spiel bereichern würden oder ob sie ihm schaden würden und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Karte. Ich bin zwar eigentlich kein großer Fußballfan, aber heute fangen wir mal mit einer Fußballkarte an und zwar mit einer Karte von dem guten Charakter Striker Crossit aus Seksal und zwar aus der Folge 27 und die Karte trägt den Namen Perfect Pass oder Pass, ich weiß gar nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Und es ist eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst, negiere die Effekte von Monstern, die es angreift, außerdem verdopple die Angriffspunkte des ausgewählten Monsters, wenn es ein Monster angreift in Death, das eine höhere Death hat als das Monsterangriff. Ich denke mal, ihr versteht, was ich gemeint habe, aber wie immer werde ich das Ganze nochmal in hübscher ausgeführt rechts neben die Karte schreiben und diese Effekte gelten bis zum Ende der Runde. Das heißt, man kann damit quasi safe, egal was, angreifen und eigentlich auch safe gewinnen. Was ich persönlich eigentlich schon mal ganz interessant finde, denn man macht hier quasi einen Pass, ja, einen Fußballpass und der ist so perfekt, dass er safe zum Tor führt. Deswegen finde ich eigentlich die Backstory von der Karte recht interessant und die Umsetzung ist auf jeden Fall gut gelungen. Die Sache ist nur die, man kann auch Kämpfe damit verlieren, was ich ein bisschen schade finde, denn wenn ihr mit dem Monster, das ihr ausgewählt habt, ein Monster angreift, was in der Attackposition liegt und was mehr Attack hat als ihr, dann gewinnt ihr den Kampf nicht. Das heißt, so perfekt ist der Pass gar nicht. Trotzdem finde ich die Karte auf jeden Fall eine coole Idee und die Anlehnung ans Fußballspiel, wieso nicht? Ich persönlich bin, wie gesagt, kein Fußballfan, aber ich finde es interessant, dass man hier quasi im Anime ein kleines Fußball-Themendeck erschaffen hat. Ich werde es allerdings nicht in einer Themendeck-Folge dran nehmen, weil es eigentlich wirklich zusammengewürfelte Karten sind, die nicht zwangsläufig an irgendein Thema gebunden sind. Die nächste Karte finde ich persönlich ziemlich random und zwar die Karte Wild Heart und das Ganze ist ein Monster von Yusei aus dem 5Ds Anime Folge 145. Und es ist ein Stufe 4 Monster mit der Eigenschaft Licht und erschütten Krieger und die werten 1000-1000 und den Effekt, wenn eine Monsterkarte von deiner Hand auf den Friedhof gelegt wird, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Wenn diese Karte diesen Effekt allerdings nutzt, dann wird sie zerstört am Ende des Damage Steps, was auf jeden Fall äußerst merkwürdig ist, aber es geht noch weiter. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird durch einen Karteneffekt, außer durch ihren eigenen, kannst du sie als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören, dann wird sie während der Endphase gebännischt. Was ist das bitte für ein Effekt, der ist dermaßen merkwürdig aufgestellt? Ich meine, ich habe so das Gefühl bei dem Effekt, du bekommst irgendwas, aber dann kannst du es irgendwie doch nicht richtig nutzen. Dann bekommst du wieder was, aber du kannst es irgendwie doch wieder nicht nutzen. Weil du beschwörst die Karte, dann kannst du direkt angreifen, verlierst dann allerdings dein Monster wieder und wenn Baldhard durch einen Karteneffekt zerstört wird, darfst du ihn wiederbeleben, aber dann verlierst du ihn wieder während der Endphase. Also was ist der Sinn von dieser Karte, you say? Ich verstehe es nicht. Die Karte ist komplett random und sie würde auch keinem Deck irgendwie großartig helfen. Ich meine, du kannst sie recht gut specialen, das ist wohl ihre beste Eigenschaft, aber den gesamten Rest des Effektes dieser Karte hier, den hätte man sich einfach schenken können irgendwie. Doch die nächste Karte ist was ganz besonderes und zwar die Karte Subspace Battle und ich finde die richtig cool gemacht irgendwie, aber sie wäre auch ziemlich mächtig. Und zwar wird die benutzt von Jaden im GX-Anemie Folge 180 gegen Yu-Gi und das Ganze ist eine permanente Zauberkarte mit dem Effekt. Beide Spieler zeigen jeweils drei Monsterkarten von ihrem Deck hervor und zwar gleichzeitig, aber immer nur eine auf einmal. Jedes Mal werden die beiden Monster dann verglichen und der Spieler, dessen Monster einen höheren Angriffswert hat, darf die Karte der Hand hinzufügen und der Spieler, der den Monster vorgezeigt hat, mit weniger ATK, der bekommt 500 Damage und das Monster wird auf den Friedhof gelegt. Und ich frage euch Leute, was passiert, wenn die beiden Monster gleich viele ATK haben? Das steht auf der Karte gar nicht mit dabei. Aber okay, ignorieren wir das einfach mal, diesen kleinen Fehler. Diese Situation gab es halt im Anime scheinbar nicht. Aber wäre diese Karte wirklich gut? Ich bin der Meinung, ja das wäre sie. Weil die Sache ist die Leute, stell dir mal die Karte vor in beispielsweise Blue Eyes. Die Karte geht einfach mal instant plus unendlich, weil ihr einfach drei Monster auswählen könnt, die scheiße stark sind, zum Beispiel Chaos Max oder so, und als ob der Gegner dann was stärkeres vorzeigen könnte. Das wird einfach nicht passieren. Klar, der Gegner darf dann die Monster auf seinen Friedhof legen, was ganz gut ist, weil das Effekt getriggert, das ist so ein kleiner Balance-Effekt von Subspace Battle, habe ich zumindest so das Gefühl. Aber trotzdem ist diese Karte als Suchkarte einfach viel zu genial. Aber ich finde die Idee davon auf jeden Fall ziemlich besonders. Und sowas in der Art haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn wir eine abgeschwächte Version von Subspace Battle mal bekommen würden. Weil es eine vollkommen neue Mechanik ist, die wir so bisher eigentlich noch gar nicht gesehen haben. Ich finde es immer schade, wenn solche Karten einfach im Anime vergammeln und dann nicht wirklich ins Spiel kommen. Aber ich befürchte leider, dass wir die Karte niemals im Kartenspiel sehen werden, weil die Karte stammt aus GX und das ist schon eine ganze Weile her. Die nächste Karte ist allerdings nicht wirklich schlechter, und zwar die Karte Predapprouting. Und zwar ist es eine normale Fallenkarte aus dem Arc 5 Anime Folge 134 und die wurde benutzt von Yuya. Und die ist wirklich verdammt gut, ja. Und das ist halt komplett broken, Leute. Das ist einfach eine geniale Karte fürs League-Format theoretisch. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr könnt damit einfach generisch, in vollkommen egal welchem Themen-Deck, drei fucking Spielmarken beschwören. Das ist halt ultra gut. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist quasi Scapegoat in etwas schlechter. Zumindest kann man das ganz vorsichtig so ausdrücken. Man muss aber dazu sagen, man hat noch einen zweiten Effekt, der halt wie gesagt Kämpfe gewinnen kann, was ganz nett ist. Und man beschwört damit drei Tokens. Und ich persönlich finde fast, dass drei Tokens manchmal besser sind als vier. Weil wenn ihr zwei Monster kontrolliert, dann könnt ihr Sündenbox schon nicht mehr aktivieren. Während Predapprouting einfach easy aktivierbar ist, jederzeit, solange man irgendwie drei Plätze frei hat. Und dann kann man aus diesen drei Tokens einfach easygoing einen Decode Talker bauen oder was auch immer. Irgendwas, wozu man gerade lustig ist. Vielleicht auch einen Firewall Dragon eventuell. Und das ist schon sehr, sehr gut im Link-Format. Also so eine Karte würde es so wahrscheinlich nicht geben. Wenn diese Karte nur ein oder zwei Tokens beschwören würde, wäre sie nicht so broken. Aber naja, das ist halt nicht der Fall. Dementsprechend würde die Karte so nicht rauskommen. Aber vielleicht bekommen wir sowas mal in abgeschwächter Form. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Weil wie gesagt, so alt ist die Karte noch nicht. Wie gesagt, Arc 5, Folge 134. Das ist noch nicht allzu lange her. Doch die letzte Karte, die wir heute haben, möchte ich auf jeden Fall im Spiel haben. Und zwar die Karte Trap Paws. Und zwar wird die benutzt von Jack Atlas im 5Ds-Anemie, Folge 141. Und das ist eine normale Zauberkarte mit dem Effekt. Negiere die Effekte von allen offenen Fallenkarten deines Gegners bis zur Endphase. Dann ziehe eine Karte für jede Karte, die du negiert hast. Und das ist einfach nur genial. Weil stelle ich das mal vor, in kompetitiven Matches, ja, wenn man sided, dann ist die Karte wirklich nicht schlecht. Weil wenn man Angst hat vor so Karten wie Königlicher Erlass oder auch Skill Drain oder sonst was, es gibt genug Floodgates, die gefährlich sind, dann kann man die alle einfach so ausschalten mit Trap Paws. Und dementsprechend finde ich die Karte eigentlich ganz cool. Denn sie ist halt spezifisch, aber man kann Karten ziehen, wenn man halt erfolgreich was negiert hat. Was ich sehr schön finde. Weil das so eine High-Risk, High-Reward-Karte ist. Wenn du dich traust, die Karte zu siden, und sie kommt wirklich zum Einsatz und du kannst sie gut nutzen, dann gibt sie eine Menge plus. Aber wenn der Gegner keine permanenten Fallenkarten sided, oder sie einfach nicht zieht, dann kann die Karte auch mal totkommen. Dementsprechend ist die Karte auf jeden Fall gut gebalanced. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum wir die nie bekommen haben. Ich finde, die Karte wäre schon vor Jahren eine gute Idee gewesen, weil Floodgates einfach schon seit der Ewigkeit rumlaufen. Und die sind immer ein Problem. Und ich finde es schade, wenn man ein Duell verliert, einfach am erstbesten Floodgates des Gegners. Und da wäre so eine Karte auf jeden Fall ganz gut dagegen. Aber wie gesagt, High-Risk, High-Reward. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Anime-Karten. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den heute gesehenen Karten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald mit der nächsten Folge. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr mir mal wieder Karten in die Kommentare schreibt, die ich mal hier erwähnen kann, die wirklich interessant sind. Weil es gibt gar nicht mehr so viele Karten, die da wirklich gut in Frage kommen. Viele Karten sind nämlich entweder zusammenhängend, das heißt, die müssen dann in irgendwelchen Special-Folgen präsentiert werden, oder sie sind einfach nicht interessant genug, weil sie halt einfache Effekte haben, die komplett austauschbar sind. Das ist leider bei vielen Anime-Karten der Fall. Und damit dieses Format noch eine Weile lang weitergehen kann, wollte ich euch mal ein bisschen fragen, welche Ideen ihr noch habt. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an meine Patreon-Spender. Mittlerweile ist da hier gut was zusammengekommen und es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für den Kanal in Zukunft, weil so kann der Kanal auch in Zukunft noch gut weitergehen ohne Probleme. Und ich werde auch in relativ naher Zukunft bald ein Let's Play starten auf Patreon für die Spender als kleines Dankeschön. Und das werde ich dann nochmal hier richtig ankündigen. Und das wird ein Let's Play sein von einem Yu-Gi-Oh!-Spiel natürlich. Und es ist einfach als kleines Dankeschön anzusehen. Und das kann sich auch dann jeder angucken, der irgendwie einen Euro donated hat oder so. Aber vielleicht ist es ein kleiner Ansporn für einige Leute nochmal über eine Spende nachzudenken. Und wie gesagt, das kommt dem Kanal auf jeden Fall sehr zugute, vor allem in der Studienzeit. Und dementsprechend finde ich, ist das eine gute Sache. Und wie gesagt, schreibt mir auch viele Anime-Karten in die Kommentare, damit auch dieses Format noch eine lange Zeit überleben kann. Und dann würde ich sagen, seht ihr jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind auch noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut mal rein. Bis bald. Tschüss.